Heute geht es um den Plan B für das Klima. Stichworte sind Geoengineering und Klimakontrolle. Hallo liebe Leute, heute geht es um einen Plan B für das Klima. Was machen wir, wenn die globale Energiewende zu spät oder gar nicht kommt und wenn es dann im Jahr 2050 oder 2100 allen Ernstes zu warm wird? Das Problem sind die Treibhausgasemissionen, speziell das Kohlendioxid. Kohlendioxid entsteht bei der Verbrennung von Erdöl, Erdgas und Kohle und wir müssten diese Emissionen eigentlich bis 2050 auf Null runterfahren. Das ist aber doch sehr schwierig oder unwahrscheinlich, denn die Weltbevölkerung legt alle zwölf Jahre um eine Milliarde Menschen zu. Das sind so viele Menschen, die zurzeit in Afrika leben und all diese Menschen brauchen Energie und auch noch preiswerte Energie. Es ist also ein bisschen schwierig. Aber um eine Alternative, eine Methode zu finden, wie man das Problem noch angehen kann, wenn es wirklich zu warm wird, müssen wir erstmal verstehen, was die Wirkung dieser Treibhausgase eigentlich ist. Und das ist die folgende. Wir haben hier die Erde und hier die Sonne und die Sonnenstrahlung erhitzt die Erde bis zu einer Temperatur, bei der die Wärmestrahlung von der Erdoberfläche genauso intensiv ist wie die eingestrahlte Strahlung von der Sonne. Das ist ein Gleichgewicht. Die Atmosphäre der Erde verändert jetzt aber dieses Gleichgewicht und zwar behindert sie die Abstrahlung von Wärme. Sie ist sowas wie eine Isolationsschicht. Das ist der Treibhauseffekt. Und diese Isolationswirkung, die wird immer stärker, je mehr von diesen Treibhausgasen sich in der Atmosphäre befinden. Das heißt, wenn das CO2 in der Atmosphäre zunimmt, dann wird die Oberflächentemperatur auf der Erde weiter zunehmen. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir dann machen. Wir brauchen also einen Plan B für das Klima. Und ein Ansatz ist, das Sonnenlicht zu dimmen, sodass weniger Sonnenenergie auf die Erdoberfläche eingetragen wird. Und da gibt es ein natürliches Vorbild. Im Jahr 1816 gab es ein Jahr ohne Sommer. Es hat sogar im Juli in Süddeutschland und in der Schweiz geschneit. Die Ursache war ein Vulkanausbruch in Indonesien, der Tambora. Bei Vulkanausbrüchen wird sehr viel Schwefeldioxid frei. Dieses Gas steigt in die oberen Bereiche der Atmosphäre auf und reagiert dort mit Wasserdampf und Ammoniak zu sogenannten Schwefelaerosolen. Die bilden eine weißliche Schicht und damals bedeckte diese Schicht die ganze Nordhalbkugel und hinderte eine ganze Menge von dem Sonnenlicht daran, bis auf die Erdoberfläche vorzudringen. Ein großer Teil wurde also sofort ins Weltall wieder zurückreflektiert. Und das bewirkte eine Abkühlung für eine Zeitspanne von ein bis drei Jahren um rund ein bis zwei Grad. Das würde also helfen, die menschengemachte Erwärmung zu kompensieren. Wie könnten wir das jetzt künstlich machen? Ich zeige hier mal ein Bild von der Erde, aufgenommen aus dem Weltall. Man sieht hier sehr schön, dass vor allen Dingen in der Südhalbkugel hier sehr viele weiße Bereiche existieren, die Antarktis und auch diese Wolkenfelder. Und dort wird Sonnenlicht einfach direkt reflektiert und das trägt nicht zur Erwärmung bei. Aber hier haben wir im Südatlantik und Südpazifik diese dunklen Bereiche. Wasseroberfläche sieht vom Weltall aus gesehen immer sehr dunkel aus. Und alles Sonnenlicht, was dort drauf fällt, das wird absorbiert und erwärmt mit die Erde. Wenn man also in diesen Bereichen hier künstlich Wolken erzeugen würde, dann könnten wir die eingestrahlte Energie von der Sonne weiter reduzieren und die Erde künstlich kühlen. Wenn wir Wolken künstlich erzeugen wollen, müssen wir uns damit beschäftigen, wie Wolken eigentlich entstehen. In der Luft ist immer Wasserdampf, man nennt das Luftfeuchtigkeit. Und dieser Wasserdampf kondensiert, wenn die Luft abkühlt. Wir wissen, dass zum Beispiel im Winter, wenn wir ausatmen, die feuchte und warme Luft aus der Lunge plötzlich in Nebel kondensiert. Was da passiert, ist, dass der Wasserdampf, der zunächst mal einfach als Gas verteilt ist, kondensiert zu Tröpfchen und die werden dann sichtbar. Aber diese Tröpfchen, die bilden sich nie ohne sogenannte Kondensationskeime, sondern die Wassermoleküle lagern sich an, an irgendwelche Feststoffe oder Schwebstoffe, die schon vorhanden sind. Das können zum Beispiel Pollen sein oder Gesteinsschaub oder eben Smog. Alle möglichen Sachen, die man unter Aerosolen oder Feinstaub zusammenfasst. Davon gibt es immer auch in diesem Raum, in diesem Augenblick, jede Menge. Und ohne diese Schwebstoffe gäbe es auf der Erde praktisch keine Wolken. So, jetzt ist es so, hier in diesen Bereichen im Südatlantik, die ich gerade schon gezeigt habe, und im Südpazifik, da ist die Luft sehr sauber. Aber sie ist trotzdem feucht. Das heißt, wenn man da künstlich mehr Schwebstoffe einbringen würde, dann hat man eine gute Chance, dass sich Wolken bilden. Wir brauchen also eine Methode, mit der man künstlich Wolken erzeugen kann. Und das will ich mal vorführen, hier in einem kleinen Tischexperiment. Wir haben hier einen Plexiglaszylinder, in dem befindet sich einfach Raumluft. Und ich habe hier eine Möglichkeit, mit diesem Sauger, das ist so eine Art Pumpe, aber in dem Augenblick hier ist es ein Sauger, den Druck kurzfristig abzusenken. Die Absenkung des Druckes führt zu einer Abkühlung. Und diese schlagartige Abkühlung müsste dann eigentlich, wenn da genug Luftfeuchtigkeit drin ist und ein paar Kondensationskeime, zur Nebelbildung führen. Und damit man das besser sehen kann, habe ich hier eine Taschenlampe, mit der leuchte ich da mal von oben rein. Und jetzt haben wir eine gute Chance, hoffentlich, dass wir sehen, dass sich tatsächlich eine kleine Wolke oder ein Dunst hier drin bildet. Also, ich erniedrige den Druck, indem ich hier dran ziehe. Und ich glaube, man sieht, dass sich Nebel gebildet hat. Ich wiederhole es nochmal. Ich erniedrige den Druck, die Luft kühlt schlagartig ab und es bildet sich ein Nebel. Gut, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Das ist dasselbe, wie wenn wir im Winter ausatmen und dann also so eine Nebelfahne. Das Besondere ist, dass wir das jetzt verstärken wollen, indem wir künstlich ein Aerosol einbringen. Wie können wir jetzt die Wolkenbildung verstärken? Und das machen wir mit Schwebstoffen, die wir hier einbringen. Dazu nehme ich hier erstmal den Deckel ab und jetzt nehme ich ein Streichholz. Dieses hier ist ein besonders großes, damit man es auch gut sieht und zünde es an. Jetzt bildet sich erstmal der übliche Qualm, aber der ist viel zu grob. Diese großen Teilchen eignen sich nicht so gut als Kondensationskeime. Ich lasse das Streichholz einen Augenblick brennen, damit so ein Stück wirklich abgebrannt ist und puste es dann aus. Jetzt gibt es wieder diese viel zu großen Partikel, die lasse ich ein bisschen abdampfen. Und jetzt stecke ich mein Streichholz hier hinein und es kommen jede Menge nicht sichtbare Nanopartikel, nach wie vor aus dem frisch abgebrannten Streichholz. Ich mache meinen Deckel wieder drauf und jetzt wiederhole ich das Experiment. Da muss ich meine Taschenlampe wieder draufsetzen. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob tatsächlich mehr Nebel entsteht. Ja, man sieht sehr deutlich, der Nebel ist sogar so schwer, dass er rasch zu Boden sinkt. Ich ziehe nochmal dran und man sieht, dass es deutlich mehr Nebel geworden ist. Das ist ein Prinzip, durch Einbringen von Schwebstoffen, Aerosolen, Feinstaub, mehr Wolken zu erzeugen. Mit meinem kleinen Experiment habe ich also gezeigt, was das Prinzip ist, wie man mehr Wolken erzeugen kann. Vor allen Dingen über Zonen der Erde, in denen normalerweise keine Wolken sind. Der Ansatz wäre, dass man nur ein Prozent der Wolkenfläche vergrößern müsste, also ein Prozent der Erdoberfläche. Das hört sich erstmal wenig an, aber es ist etwa die Fläche von Deutschland, die man zusätzlich mit Wolken bedecken müsste. Die Frage ist, welche Aerosole nehme ich denn da oder welchen Feinstaub? Es sollten möglichst effiziente Materialien sein, sodass man also nur ganz wenig Material braucht, um riesige Flächen zu Wolken umzuwandeln. Und zum anderen sollten sie möglichst wenig Umweltschäden erzeugen. Das ist ein aktuelles Forschungsgebiet und eine Gruppe, die das untersucht, ist das sogenannte Cloud-Experiment am CERN. Das kann man im Internet sehr gut mal nachschlagen. Ansonsten habe ich die ganzen Optionen, die uns verbleiben, mal versucht aufzulisten in meinem Buch. Wir drehen am Klima. Na und, ich gebe zu, der Titel ist jetzt nicht gerade sehr schön. Eigentlich sollte es heißen Plan B für das Klima, aber im Inhalt wird eben aufgelüstet, was uns bleibt, wenn die Energiewende zu spät kommt. Das war es für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann klickt bitte hier unten auf Like und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann findet ihr das hier. Danke gut. Ja.